Maxime Rodinsen war ein französischer marxistischer Historiker und Orientalist. Rodinsens Eltern waren russisch-polnische Juden, die vor seiner Geburt nach Frankreich emigriert waren. Sie wurden in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt und getötet. Rodinsen studierte orientalische Sprachen und wurde Professor für Althäthiopisch an der Ecole Pratik des Hautes Etudes. 1968 gründete er gemeinsam mit Jacques Berg die Forschungs- und Auktionsgruppe für Palästina. Werke In deutscher Übersetzung Mohamed Verlag Bucher C.J. Die Faszination des Islams C.H. Beck Verlag 1985 Islam und Kapitalismus Surkamp Taschenbuch Wissenschaft 1986 Die Araber Surkamp Verlag 1998 Originalwerke auf Französisch 1949 Recherches S.U.R.L.Documents Arabes Relativ Salah Cuisine Goetner, Paris 1957 El Arabi Avant L'Islam In Histoire Universelle Ben 2 Galimat Paris S. 3-36 und 1637 bis 1642 1962 1961 Mahomet Club France Edulvre Edition Revue Augmente Paris 1968 Soil 1962 Soil La Lune Chele Arabe Sedans L'Islam In La Lune Mitha Cereiz Soil Paris S. 151 Islam e Kapitalisme. Soil, Paris. 1967, Magie, Medecine, Possession, Agonda. Mouton, Paris, La Haye. 1967, Israel, Veit, Coloniel, Les Temps, Modernes, Engrat 253 bis S. 17 bis 88. 1968, Israel, Les Refuses Arabe, 75 ans d'histoire. Soil, Paris. 1972, Marxisme, Immune, Musulmen. Soil, Paris. 1974, mit Jacques Berg J. Kulent L. J. Douglas und Jacques Hadamard, Les Palästinien-Seeler-Kreis-Israelo-Arambe. Textes e-Documents du groupe des recherches Seduction pour les règlements du Probleme Palästinien, Paris. 1967 bis 1973, Editions Sociales. 1979, Les Arabes. P.U.F. Paris. 1980, La Fascination d'Islam. Maspero, Paris. 1981, P.U.P.U.I.V.O.U. Probleme. Maspero, Paris. 1993, l'Islam. Politique Croixens. Feiert Paris. 1993, Deputagore Alenine. Desaktivismes Ideologique. Feiert Paris. 1998, Entre Islam et Occident. Les Belles Lettres, Paris. 2005, Souvenirs de l'Un-Marginal. Feiert Paris.